Deswegen, die Logik beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen den Sätzen. Mehr ist das nicht, da kommt nichts Neues raus. Keine neue Information, kein neues Wissen. Ist eigentlich, wo wir gerade auch das sprechen, wir behandeln ein paar Begriffe der Logik. Ist die Logik etwas verboten, dass diese Wissenschaft? Sie wird ja als ein Teil der Philosophie betrachtet. Sie ist ein Teil der Philosophie. Ist sie daher auch etwas verboten? Die Philosophie, die um das Wesen, Allah Ta'ala handelt, um das Metaphysische. Sie ist verboten. Die Philosophie, die um das Metaphysische handelt, also das, was wir Al-Reib nennen. Mit dem bloßen Vernunft durch Deduktion und so, auf Ergebnisse zu kommen, die über den Reib handeln, ist nicht legitim. Die Logik gehört auch dazu. Das ist das, was sie Ilm-Ul-Kalam nennen. Ilm-Ul-Kalam, schon mal davon gehört? Die Logik. Warum ist die Logik legitim, wenn sie ein Teil der Philosophie ist, aber die Philosophie an sich verboten ist? Al-Akhdari, ein Gelehrter, der ein Buch, ein Lehrgedicht geschrieben hat, Sulla-Mul-Munawraq, ein Lehrgedicht, das handelt über die Logik. Darin sagt er, er spricht über das Urteil der Logik. Er sagt, die Gelehrten sind nicht uneinig über das Urteil davon. Er sagt dann, Ibn Salah und Al-Nawawi, Al-Nawawi ist Al-Nawawi, haben es verboten. Und manche sagten, man sollte es kennen. Dann nannte er noch eine dritte Aussage, die interessiert uns gerade nicht. Aber das ist ein Fehler. Die Aussage an dieser Stelle, die er hier hingebracht hat, ist ein Fehler. Warum? Weil hier geht es nicht um die Logik, die sich nur mit den Beziehungen, die mit den Schlussfolgerungen zu tun hat. Die Lehre der Schlüsse. Die Lehre der Schlüsse, wie anhand des Beispiels, das ich am Anfang genannt habe. Und die Aussageformen und die Schlussformen. Darum geht es gar nicht. Und darin gibt es auch kein Khilaf unter den Ahlilm, dass das legitim ist. Das heißt, Al-Akhdari, er schreibt einen Text über die Logik und zitiert dann die Meinungsunterschiede der Ahlilm an dieser Stelle und nennt drei Aussagen, die aber eigentlich gar nicht um die Logik handeln, sondern um die Philosophie. Das ist ein Fehler. Die Lehre der Schlüsse, diese Logistik, die ein Teil der Philosophie ist, ist nicht verboten. Und die braucht man auch, wenn du dich mit den Islamwissenschaften beschäftigst, führt kein Weg dran vorbei, die zu lernen. Selbst wenn du die arabische Sprache lernen willst, die Grammatik, musst du etwas in der Logik lernen. Wenn du den Sorf lernen willst, die Rhetorik der arabischen Sprache, du musst die Logik lernen. Warum? Weil sie Fachbegriffe der Logik überall eingebaut haben. Sie sind überall eingeflossen. In alle Wissenschaften. Und dann hast du ein Problem, wenn du diese Bücher liest und du nichts in der Logik studierst, du wirst vieles nicht verstehen.